Was ist die Mikrowellen- und Plasmatechnik? Wir bei Mücke haben eine Passion. Unsere Passion ist die Mikrowellen- und Plasmatechnik. Mein Name ist Klaus Baumgärtner. Ich bin Geschäftsführer der Mücke-Gruppe. Wir sind ein Hidden Champion mit weltweiter Marktführerschaft im Bereich der industriellen Mikrowellentechnik und Plasmatechnik. Was ist die Mikrowelle? Mücke ist seit über 35 Jahren erfolgreich in Mikrowelle und umgekehrt macht Mücke seit über 35 Jahren Mikrowelle erfolgreich. Was ist die Mikrowelle? Wir sind das Team, um die ständig neuen Anforderungen unserer Kunden zu bedienen. Mit unserer Niederlassung in Kalifornien und unseren Partnern in Asien agieren wir global immer dicht an unseren Kunden. Was ist die Mikrowelle? Dabei kommen unsere Kunden aus den verschiedensten Bereichen. Aber allen ist eines gemein. Sie benötigen Mikrowellen oder Mikrowellenplasmen für die Herstellung ihrer Produkte. Wie die Kunden sind auch deren Anwendungsfelder vielfältig. Von der einfachen Erwärmung oder Trocknung von Materialien über die Herstellung von Halbleiterbauelementen bis hin zur Erzeugung von Lab-Grown-Diamanten oder Wasserstoff aus Mikrowellenplasmen. Mikrowellenenergie ist das Mittel der Wahl. Was ist die Mikrowelle? Wir leben Mikrowelle. Mikrowelle ist unsere Passion. Und wir bringen Power to your Projects. Mikrowelle Wir leben Mikrowelle. Untertitelung des ZDF, 2020